Da seid ihr wieder, wieder mal, hier auf dem Kanal mit der Kernkompetenz der objektiven politischen Bildung in der Serie Parteien, die keiner kennt und heute diesmal die Basis. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Behauptung, dass die jeweilige Partei deren Homepage ich besucht habe, der Überzeugung war, sie seien die Basis. Diese hier nennt sich die Basis. Das ist doch praktisch, guck mal, das sind alles die Basis. Und hier stand eben, das ist da, genau, du bist die Basis. Erstens, sie dutzen mich schon wieder, statt mich zu sitzen und erzählen mir, ich sei die Basis. Wahrscheinlich, weil ich so ein Gewicht habe. Dieser Kanal hat Gewicht. Also ich jedenfalls. Wollen wir doch mal durchgucken. Wir sind die Basis, demokratischer Parteien, die Basis ist die neue starke Kraft der Gesellschaft. Wie stark kann man das in Prozent ausdrücken? Sie vereint Menschen, die in Frieden und Freiheit leben und miteinander bessere Entscheidungen treffen möchten. Wir stellen wichtige Fragen und sehen die heutigen Herausforderungen als eine Chance, unser Land und unsere Gesellschaft demokratischer und menschlicher zu gestalten. Puh, habe ich das bloß schon mal gehört in den letzten Tagen. Die Basis, erstes Jahr, bereits Platz neun in Deutschland. Die Basis, demokratische Partei Deutschland, wurde am 4. Juli 2020 gegründet und hat seitdem enormen Zuwachs an Mitgliedern erlebt. Damit sind wir nur ein Jahr nach der Gründung bereits die neunstärkste Partei in Deutschland. Nach Mitgliedern. Ich weiß es nicht, ob das auch für Wähler gilt. Also hier steht nach Mitgliedern. Die AfD ist direkt vor der Basis übrigens, mit nur 4.000 Mitgliedern Vorsprung. Die Linke hat schon fast doppelt so viele. Mitgliederentwicklung, ja. Das heißt also, das Wichtigste, was diese Partei mir als allerallererstes auf ihrer Homepage zeigen möchte, ist, wir wachsen. Nicht, wir wollen dies oder wir wollen das, sondern wir wachsen. Das nehme ich jetzt so mal hin, dass das für die sehr, sehr wichtig ist, dass ich das weiß. Bundestagswahl 2021. Die Basis ist in allen 16 Bundesländern mit Landesverbänden und zahlreichen Kreisverbänden vertreten und zur Bundestagswahl 2021 zugelassen. Informiere dich zu unseren Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl am Sortag, dem sovielten Bahn. Fünf Tage, drei Stunden, 47 Minuten. Dann wissen wir noch, wie lange es hin ist, bis ich mein Kreuzchen nicht mache. So, mehr Infos zu den Wahlen. Ja, von den Wahlen will ich nichts wissen. Forderung. Wir sehen die vielen Ursachen existenzieller Not, die Spaltung, die sich durch Familien und Freundschaft zieht. Und wir sehen eins. Mit den Maßnahmen, die seit 2020 getroffen wurden, geht der Verlust unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf dem Wege des Notstandsrechts einher. Ja, die Basis fordert sofortige Aufhebung der einschränkenden Grundrechte. Ja, was sie meinen ist natürlich, freie Bahn für Corona. Wir sind für den Erhalt des Bargelds. Wir verhindern, dass alle Zeitungen überwachbar werden. Also, wir sind zum Finanzamt. Die Basis setzt sich für nachvollziehbare Transparenzberichte für öffentliche Projekte ein. Ja, das wäre schön. Da wäre ich auch für. Wir werden staatliche Eingriffe in die Privatsphäre auf das geringstmögliche Maß beschränken. Aus Achtsamkeit der Umwelt gegenüber dulden wir Fracking zur Gewinnung von Erdgas und Erdöl nicht. Transporte von lebenden Tieren über weite Strecken wird es mit uns nicht mehr geben. Da transferiert man tote Tiere, schätze ich mal. Weil transportiert werden müssen sie ja. Wir stehen für ganzheitliche und globale Ansätze bei der Bewertung von Umweltschäden, zum Beispiel beim Bau von Elektroautos. Ich weiß nicht, könnt ihr das lesen? Ist das groß genug? Wir wenden uns gegen Aufrüstungszwänge durch NATO-Vorgaben. Also, man merkt schon, sie sind. Warum eine neue weder rechts- noch links-lastige Option in den Bundestag muss? Ich habe eben, ich muss ja erstmal googeln, wo deren Homepage ist. Und beim Darüberfliegen habe ich zufällig die ersten zwei Zeilen von der Wikipedia schon mitgekriegt. Und da steht, es ist eine Corona-Partei. Also eine Anti-Corona-Partei ist es im Grunde. Das, was jetzt hier ist, ist das Typische wie damals bei den Grünen. Grün allein kann man nicht wählen. Also braucht man Familie, Erziehung, Toleranz, Wissenschaft, Finanzen, bla bla bla. Das machen die hier auch. Die erzählen da irgendwas dazu und mal gucken, was draus wird. Warum eine neue bla bla bla? Demokratie aus tiefstem Herzen. Die Basis ist die Mitmach-Partei für alle Bürgerinnen und Bürger, für das gesamte politische Themenspektrum und für ein neues Miteinander. Wir stehen für ein achtsames Miteinander, für unsere Freiheit und für Selbstbestimmung. Ist das jetzt rechts oder links? Lobby für die Menschen. Die Politikverdrossenheit der letzten Jahre näherte sich auch aus der Ohnmacht gegenüber der herkömmlichen Politik. Das ist alles richtig. Ich bin ein Beispiel dafür. Wir ebnen den Weg für eine Lobby, die für die Menschen selbst einsteht. Und da braucht man Lobbyisten für, für eine Lobby. So funktioniert das ja auch jetzt schon. Zeit des Politikwandels. Die Menschen haben die Nase voll von Lobbyismus, das ist unzweifelhaft wahr, für Partikularinteressen. Berufspolitikern, Täuschungen und Verboten, die über unsere Köpfe hinweg angeordnet werden. Also soweit ich weiß, wenn es sich auf Corona jetzt bezieht, die Verbote werden von dem weitesten Teil, von dem deutlich weitesten Teil der Bevölkerung unterstützt. Also es ist nur über eure Köpfe hinweg. Die Maßnahmenkrise rund um Covid-19, jetzt kommen wir auf so einen Punkt, hat dieses schon lange existierende Demokratiedefizit deutlich zutage befördert. Ist dabei selbst nur ein Symptom und nicht Ursache. Vielfalt und politischer Wille, wir denken nicht in Kategorien von rechts, links oder Mitte. Die Basis vertritt den Konsens und den Willen des ganzen Volkes. Ich weiß nicht, weiß das Volk davon? Ist das Volk derselben Meinung? Das lässt sich leicht mit Prozenten überprüfen, ob die das auch so sehen. Unsere vier Säulen, habt ihr eine Baugenehmigung? Welche Haltung brauchen wir uns selber und unseren Mitmenschen gegenüber, um nicht nur durch diese Krisen zu gelangen, sondern auch um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen? So wie ich. Das bedingt einander nämlich. Wir glauben an den Menschen als selbstbestimmtes Individuum, der frei auf die Welt kommt und als freier Mensch auch sein Leben führt. Ich führe mein Leben relativ frei. Das kann man hier anders sagen. Ich fühle mich sauwohl. Auch ohne euch. Und ich stimme euch bei ähnlichen Sachen nicht mal zu. Uns leitet der Artikel 1 des Grundgesetzes, Die Würde des Menschen ist unantastbar. Manchen Menschen muss man das sagen. Die geben ihre Würde nämlich in diversen Gameshows und Reality-Formaten gegen Geld ab. Freiheit. Freiheit bedeutet eine Wahl zu haben, wie man sein Leben gestalten möchte. Wenn das einer hinkriegt, dass wir endlich Wahlen haben, wo man tatsächlich Einfluss auf die Politik nimmt, das wäre toll. Wir kommen alle als freie Menschen auf die Welt und die Grundrechte dieses Landes schützen uns vor Übergriffen Einzelner oder des Staates. Das sehe ich als Feststellung, wie es jetzt schon ist. Die Freiheitsrechte sind die wichtigsten Grundrechte. Das ist auch richtig. Machtbegrenzung. Das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger, der fortvoll jeder Person, die Übernahme von Verantwortung im Sinne von Eigen- und Fremdverantwortung. Ja, manchmal finde ich es auch ein bisschen krass, was ich für Formulare ausfüllen muss, wenn ich in meinem Garten einen Baum umsinsen möchte. So von wegen Eigenverantwortung. Oh nein. Sonst Schlussformulare. Macht muss dem gesellschaftlichen Wohl und Mehrwert dienen. Ein Missbrauch von Macht muss verhindert werden. Ich habe bei anderen Parteien schon gesagt, das versuchen Menschen und Weltverbesserer seit Jahrhunderten. Und die Macht wird von denen, die sie haben, immer missbraucht. Wenn die die Macht hätten, würden sie sie auch missbrauchen. Achtsamkeit. Doch kühler als ich dachte. Achtsamkeit, das Menschsein und die Beachtung der Menschlichkeit des Anderen sind das Leitbild einer freiheitlichen Gesellschaft, in der die Mitmenschen einen liebevollen und friedlichen Umgang miteinander pflegen. Schwarmintelligenz bedeutet die Weisheit der vielen in konkreten Projekten und der Politik zu nutzen. De facto bedeutet Schwarmintelligenz mit der Intelligenz von vielen die Blödheit der Mehrheit irgendwie auszugleichen. Das ist ja leider so. Nur wenn man sagt Schwarmintelligenz, viele, viele Menschen sind schlau. Das wird von denen torpediert, die blöd sind. Das ist immer ein Problem. Komplexe Probleme und Herausforderungen werden besser gelöst von fachübergreifend zusammengesetzten Teams und durch die Kreativität und den Ideenreichtum vieler unterschiedlicher Menschen. Ja, wenn das alles halbwegs intelligenten Menschen sind, macht das Stimmen. Oh, man geht ja noch weiter hier. Ah, wir haben es aber gleich geschafft hier. Was ist Basisdemokratie? Basisdemokratie bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden über Lösungswege, die in Basisdemokratischen Gruppen erarbeitet wurden. Sie wählen Lösungen, die nicht für Interessengruppen, sondern für Menschen gemacht sind. Inwieweit unterscheidet sich das von dem Jetzt-Zustand? Auch jetzt werden immer Leute zusammengesetzt, die dann irgendwas entscheiden. Man kann natürlich jetzt auf jeder Kreisebene Leute zusammensetzen, die dann für den Bund arbeiten. Dann muss nur irgendein weiterer Ausschuss diese Tausenden von Lösungs-Ausschließenden. Ihr merkt schon, wohin das führt. Der Wille der Gesamtheit setzt sich also gegenüber Einzelinteressenten durch. Solche Entscheidungen sind wirklich demokratisch. Sie dienen dem Ganzen und sind nachhaltig. War das Micha? Irgendwer hat gesagt hier, Diktatur der Mehrheit. Da bleiben dann Minderheiten auf der Strecke, weil die Mehrheit will ja dies und das. Ich glaube, ein schönes Beispiel ist diese dänische Minderheit. Wenn wir also hier die Diktatur der Mehrheit hätten, dann würden diese Dänen keine Rolle spielen, weil sie nicht im Entferntesten irgendeiner Form mit der Mehrheit zu tun haben. Das gilt übrigens auch für die Corona-Skeptiker. Die sind nämlich auch in der Minderheit und wenn die, wie die Diktatur der Mehrheit hätten, dann würdet ihr alle nur noch mit Gastmasten rumlaufen. Basisdemokratie bedeutet damit auch das Ende der Klientelpolitik. Ja, das wäre schön. Dafür müsste man erstmal die Politiker irgendwie ersetzen. Das Ende einer Politik von oben nach unten und das Ende der reaktiven Politik der letzten Jahre. Wir, also alle Bürgerinnen und Bürger, sind beteiligt an den Lösungen für die Zukunft, die mittels Legislative und Exekutive umgesetzt werden. Hm. Tja. Das ist ja, klingt ja alles ganz schön. Aber, ja, ich meine, da, Ende der Corona-Krise, 10-Punkte-Programm, bla bla bla. Ja, also allein deswegen seid ihr bei mir raus. Sorry. Ich bin doppelgeimpft, jawohl, und trage trotzdem noch Maske draußen. Also zumindest da, wo es hochgeschrieben ist. So angenehm finde ich die nun auch wieder nicht. Ja, und nun? Ja. Irgendwie bla bla, ne? Naja, sei's drum. Sei's drum. Das sagt euch mit allem Nachdruck und allem politischen Wissen der Mann, der seine Kamera selber ausschalten muss.